Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Tobsen und willkommen zu einem weiteren kleinen Freestyle-Part von mir. Und ich höre gerade so ein paar Beats durch und habe auch schon auf einem Freestyle-Beat gewebt gerade. Und hier, beste Cola, das ist ein Naiko, finde ich am besten. Das ist die beste Cola, weil mehr Sprudel drin ist. Und meinen PC-Raum habt ihr ja jetzt gesehen. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Ist zwar gerade nicht so ganz aufgeräumt, der Platz, aber hier zum Beispiel ist der kleine PC, wo ich nur Musik und so öfters drüber laufen lasse. Da sind dann drei Bildschirme dran, zwei alte, einmal hier so ein 20 Zoll, dann ist das, was ist das? Ich glaube 19 Zoll oder so. Und hier steht ja nochmal ein 22 Zoll Bildschirm. Hier ist dann die Maus und alles, da ist die Tastatur. Ja, und dann kommen wir hier natürlich zu einem großen PC, da steht noch ein Teller. Ne, da drunter ist mein Interface. Wo die zwei großen Asus Gaming-Bildschirme dran sind. Da stehen, da links und rechts neue Boxen. Hier steht gerade noch Ketchup von neben. Ja, und eigentlich war es das dann. Ich habe die andere Seite auch ein bisschen aufgeräumt, aber guckt euch mal. Guckt euch einfach mal an, wie viele Kabel da sind. Das ist quasi jetzt die Weiterführung von der Music-Only-Room-Tour von gestern. Da sind überall Kabel. Da ist die Gimbal-Kamera, die DJ Osmo. Und da stehen hier noch so ein paar Sachen hier. Disco-Licht, das kaputte Mikrofon. Weil ich sie immer noch habe, aber leider nicht mehr funktionieren. So, das habt ihr ja schon alles gesehen, was hier an der Wand ist. Da würde ich mal sagen, viel Spaß bei dem Freestyle-Part, den ich jetzt droppe. Guck mal, was ich mache. Wieder Freestyle auf dem Beat. Jeder von uns weiß es. Wieder Freestyle auf Repeat. Was willst du denn machen? Was willst du denn tun? Jeder von uns weiß es. Du kriegst nichts von meinem Rum. Es ist Tobson. Get rekt. Ich bin wieder back. Jeder von uns weiß es. Ich bin immer noch der Chef. Jetzt geht's los. Du ziehst Koks. Egal, was du machst. Du bist und bleibst hier drauf. Yes, yo. Ich bin dann wieder mal back. Egal, was du noch mal hier machst. Alter, ich bin und bleib der Chef. In Double Time. Egal, was du machst. Double Nice. Double Time. Also weißt du ganz genau, dass ich hier double, double arm. Egal, was du denn noch sagst. Jeder von uns weiß es. Du bist sowieso am Arsch. Und ich werd rappen. Egal, was sie sagen. Egal, was du denn noch mal machst. Du wirst hier gerade geschlagen. Also was wollen die plagen heute noch mal von mir. Jeder von uns weiß es. Ihr werdet wieder verlieren. Oh yes. Ich bin wieder mal back, 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 back. Ich bin wieder mal der, der, der Chef. Also gebe ich jetzt wieder Gas. Aktiver bin ich. Also Start. Und Repeat. Der Knopf ist da. Egal, was du sagst. Du bist am Arsch. Jo Leute, das war mal wieder so ein bisschen Freestyle von mir. Und ich bin bis jetzt noch nicht ins Studium gekommen. Weil das Problem ist, ich muss den Rap-Track beim Kollegen aufnehmen. Weil mein Mikrofon ist das Son Tronex STC2. Was eigentlich mega nice ist, ist leider kaputt gegangen. Das ist leider kaputt gegangen wegen der Nebelmaschine, die da oben steht. Ist das kaputt gegangen. Aber kann man leider, leider nichts mehr dran machen. Dementsprechend kommt der Track jetzt ein bisschen später. An die Leute, die da drauf warten. Er kommt leider später. Ich guck, dass ich den auf jeden Fall noch irgendwie vor Dezember raushau. Irgendwie vor Dezember. Vielleicht zu Weihnachten. Zu Weihnachten wäre eigentlich eine gute Idee. Ich sage mal, 24. Dezember mit Musikvideo. Hau ich dann einfach raus. Okay, dann würde ich auch sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobsen und tschüss.